Willkommen meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem weiteren Mod Montag für Total Warhammer 3. Heute gibt es eine neue Fraktion, und zwar die Untote Bretonier Fraktion mit Mixus Moussillon Beta Variante. Nicht nur eine neue Fraktion bekommt ihr, sondern zwei bekommt hier eine besondere Mischung aus Untoten und Breton gleichzeitig. Also, Link wie immer in der Videobeschreibung, falls ihr mehr tolle Warhammer-Mods haben wollt, lasst mir gerne das Abo da, Daumen hoch und supportet den Hamster über Patreon oder seinen MMO-Gener Partner-Link für günstige Games. Heute gucken wir uns mal an, was diese Fraktion so können und welche neue Einheiten sie in sich beinhalten, was die Besonderheiten der Kampagne sind und warum ihr sie unbedingt bei euch installieren solltet, abgesehen davon, dass es natürlich umsonst ist für euch. Und eure Kampagne unterhaltsamer gestartet. Zuerst blicken wir einmal in die Einheiten selbst rein und danach machen wir einen Sprung in die Kampagne. Ihr bekommt mit Moussillon, das ist eine dieser zwei Fraktionen, euren legendären General Malobot. Wer im Tabletop unterwegs ist, würde ihn wahrscheinlich besser kennen als ich. Es ist ein bretonischer Sterblicher, der auf dem Weg ist, ein Untoter zu werden. Und ganz am Ende, wenn er es schafft, kann er sich eines verschiedener Reittiere aussuchen. Unter anderem eine chemische Kriegssphinx oder ein Zombiedrachen oder noch irgendwas, was ich jetzt gerade vergessen habe. Aber er ist ganz gut im Nahkampf, okay, er ist auf einer chemischen Kriegssphinx dabei, mit einigen nochmal schadensverursachenden Skills. Dem Grals, dem Kelch des Malflöre für Heilung und außerdem kann er noch einen Explosionsspruch rausholen, ist ritterlich. Bonus gegen Infanterie, Rüstungsdurchdringend und so weiter. Und die Ehre des Todes. Je nachdem, in welcher Variante man ihn mitbringt, kann er dann eben eher gegen Infanterie vorgehen, wie jetzt hier mit der chemischen Kriegssphinx oder auf dem Zombiedrachen. Eher gegen große Einheiten. Er bringt außerdem eine ganze Reihe von legendären Helden mit, die sowohl in der Kampagne, aber auch hier in Multiplayer-Buffen, wie mit Liebe gestaltet worden sind. Wie zum Beispiel hier, Eustach of the Rusting Blade, Bugars de Bukere, ein Enekromaten, okay, der ist nicht ganz so besonders. Wir haben eine Einheit, deren Name jetzt hier gerade nicht angezeigt wird, der ein ganz eigenes Modell ist mit Zombie-Pferden auf eine Art von Schrein. Und gleichzeitig Sarg, der außerdem Zauber mit dabei hat. Der hat ja die Lehre der Bestien, beziehungsweise hier hat er eine etwas variierte Lehre der Bestien, nämlich die Lehre der von Karsteins von Maus. Der kann also einen Wargulf beschwören, aber auch natürlich normale Zombies. Dann haben wir eine Demsel. Als Zauber haben sie nicht nur, also sie haben eine Kombination aus der Lehre der Bretonen, also Himmel und alles Mögliche und Schatten. Aber sie haben auch gleichzeitig die Lehre der Untoten, also eine interessante Kombination, die bei den Bretonen normalerweise nicht hängt. Und hier hängt dann sogar ein Kopf oben in ihrem Zauberstab drin. Es gibt übrigens noch viel mehr Einheiten, als ich euch jetzt hier zeigen werde. Das sehen wir nachher im Einheitenbildschirm. Und ja, ich zeige jetzt mal nur die, die neu dazugekommen sind. Ihr habt zum einen die Gruft, also Verfluchte heißt sie in Total War Warhammer. Das sind Graveguard-Einheiten, also wie die Verfluchten der Vampirfürsten, sehen allerdings passend nach den Bretonen aus. Mit Panzerung, Bonus gegen Infanterieschilden. Aber Ritter sind sie auch noch, die lassen sich nicht, äh, ja, lumpen, wenn irgendjemand flieht. Also ritterlich, Leute, ritterlich. Wir haben legendäre Gruft-Ghule. Sie sind legendär, da erkennt man dadurch, dass sie, ja, was anhaben. Das können normale Gruft-Ghule nicht. Bonus gegen Infanterie, Rüstungsdurchdringender Schaden und mit dem Durst halten sie noch mal länger durch. Dann haben wir hier weiterhin Cantankerous Balance, Man-at-Arms. Das sind Graals-Pilger mit tatsächlich, die haben wirklich die Graal gefunden. Wie ihr seht, denn sie tragen sie auf dem Kopf. Das können die normalen Graals-Pilger nicht von sich behaupten. Sie haben nicht nur, also es ist natürlich die Bad Spawn Pflicht, das ist, weil es halt Bauern-Einheiten sind. Sie haben Feuerangriffe, magische Angriffe und nochmal extra Bale-Fire-Eigenschaft, um die gegnerische Zauberresistenz zu reduzieren. Und Kontrollverlust, um 100% zu erhöhen, was ein faszinierendes Skill ist. Bedeutet, wenn jemand von ihnen angegriffen wird und zaubern möchte, dann machen die sich immer Schaden beim Zaubern. Wird wahrscheinlich nicht so häufig nützlich sein, aber hey, immerhin. Dann haben wir noch mal eine Runde Verfluchte. Diesmal mit den Bi-Hunt-Waffen, also den Großwaffen mit Bonus gegen Infantrie und Rüstungsdurchdringend. Und Man-at-Arms mit Pole-Arms. Also das sind ein Beispiel normaler bretonischer Infantrier, die euch gar nicht mitbringen sollen, weil die sind ja ganz normal. Ihr seht allerdings auch hier, ihre Gesichter sind schon so ein leicht totweiß. Also die machen sie nicht mehr lange, bevor sie sich selbst, oh Gott, ihre Arme sind sowieso schon ziemlich verpustelt. Lange halten die nicht mehr durch, bevor sie selbst eher so Richtung Untote gehen werden. Noch mehr Man-at-Arms, die normale Infanterie, der Breton mit Schwertern. Und hier haben wir die nächste Entwicklungsstufe dieser Man-at-Arms, beziehungsweise die, ja, skillmäßig davor, aber in der Realität danach eine normale Zombie-Einheit, die wir von den Vampirfürsten kennen. Also wir haben hier tatsächlich diesen Mix aus Untoten und Bretonen. Und ja, wie gesagt, den gab es ja auch im Tabletop. Jetzt kommen nochmal etwas interessantere Einheiten. Wir haben Schwarze Ritter mit Lanzen in Untoter-Variante. Gut, die kennen wir auch von den Untoten, allerdings nicht bei den Bretonen als so eine gemischte Untote-Variante. Dann kommen die Ritter-Burgare, ein legendäres Regiment mit Feuerangriffen. Und Masken, das sind auch Ritter. Sie können Ölflaschen von sich werfen. Ich glaube, mit den Mods, die ich aktiviert habe, sorgen die Ölflaschen auch dazu, dass der Gegner verlangsamt wird, was die Ölflaschen endlich mal halbwegs nützlich macht. Ansonsten Bonus gegen Infanterie. Wir haben die Rosenlanzen. Und nochmal, Schwarze Ritter, ein legendäres Regiment. Die machen Giftschaden, Bonus gegen Groß und Schock-Kavalerie-Einheit mit 68 Nahkampfangriffen. Macht auch. Ja, haut eben richtig rein. Schilder helfen ihnen auch im Leben zu bleiben. Wir haben noch die Geister von Grease May. Ein legendäres graue Männerregiment. Ja, was kann man dazu sagen? Sie sind so aus dem Modell, ein bisschen eine Waldelfeneinheit, habe ich das Gefühl. Eine Kreaturen-Infanterie. Da gibt es immer mehr verschiedene Kategorien. Sie haben physische Resistenz von 75%. Das ist mehr als normale Einheiten. Null Rüstung, aber 57 Nahkampfabwehr. Außerdem können sie noch mehr physische Resistenz erhalten, wenn sie Schaden erleiden. Das heißt, sie werden immer stabiler, je mehr Schaden sie bekommen haben. Und ja, führt allerdings auch, ich meine, sie werden trotzdem sofort sterben, sobald irgendwelche magischen Angriffe auf sie zukommen. Reduzieren gegnerischen Nahkampfangriffe, um ihn nochmal zu schwächen. Dann haben wir Pegasus-Ritter in der Form der Vampirfürsten, die ich wirklich sehr schön finde. Pöllenrosse. Man kann sie auch fliegen lassen, aber wenn ich sie fliegen lasse, dann kann man sie nicht mehr erkennen, weil sie wie epileptische Eichhörnchen durch die Gegend wackeln. Haben den Durst, um sich zu regenerieren, wie es sich gehört, für Vampire auf Pferden. Und das gleiche, was Blutritter prinzipiell haben, nämlich auch Geschossresistenz bei 20% plus Schild. Das heißt, die sind nicht ganz so leicht kaputt zu kriegen, wie die Pegasus-Ritter. Selbst aus dem nochmal Raserei für mehr Nahkampfangriff. Also, die tun schon weh, plus 10% Angriffsbonus, wenn die irgendwo reinhauen. Und jetzt wird es langsam noch viel interessanter. Wir kommen endlich zu den... Oh, die sehen, die sehen schon cool aus mit diesen roten Flammen. Die schwarzen Graals-Ritter. Ich dachte eigentlich, der Graal soll ewiges Leben geben oder so. Oder irgendwelche besonderen zauberischen Fähigkeiten, aber die geht's... Ja, so richtig gut geht's denen nicht mehr. Sie sind noch größer und berühmter als die Blutritter. Die schwarzen Graals-Ritter zählen zu den mächtigsten Untoten, die auf der alten Welt umherschreiten. Denn sie haben physische Resistenz und 40%, wenn sie angreifen. Nicht sehr lange, aber immer ein kleines bisschen. Ich glaube, ein paar Sekunden hält es noch nach. Nachdem sie in den Angriff gekommen sind, 40% Resistenz bei 110 Rüstung. Ist schon nicht zu unterschätzen. Außerdem rüstungsdurchdringende Schaden von 62. Die sind wie Demi-Greifen fast mit dem Damage, den sie rausprügeln. Um Flammenattacken, magische Angriffe und Balefire, um gegnerische Zauberresistenz noch weiter zu reduzieren. Also wirklich derb, heftiges Regiment. Und als nächstes kommen wir zur normalen Variante der Grauenmänner. Haben wir vor, das Legendäre. Im Gegensatz zu den Geistereinheiten fliegen die nicht, sondern laufen. Sie sind irgendwie... Das kann ich nicht, wie ich das Ding beschreiben kann. Irgendwie... Es ist untot. Es ist eher so ein Baummenschen, eine Baumkreatur. Ich persönlich weiß es nicht. Vielleicht kennt ihr es aus der Warhammer-Lore im Hintergrund. Was können die? Eher Nahkampfabwehr stark. Rüstung gar nicht schlecht mit 70. Reduzieren gegnerische Geschwindigkeit, um sie festzuhalten. Kriegen auch physische Resistenz, wenn sie Schaden erleiden. Das bringt ihnen hier nochmal deutlich mehr, da die sie schon 70 Rüstung haben. Es sei denn, jemand kommt mit magischen Angriffen, von denen es mittlerweile wirklich mehr als genug gibt. Weiter vorne haben wir ein paar Fernkampfeinheiten. Fernkampfeinheiten, berittene Briganden mit Armbrüsten. Und Armbrüste machen in den meisten Mods rüstungsdurchdringende Schaden, was ich ziemlich sinnvoll finde. Musketen machen zwar viel Schaden, aber die treffen halt meistens nichts. Wobei, auf ihren Pferden können Musketen, also wie die Schützenreiter, deutlich besser treffen. Warum man sie zum Beispiel in Kampagnen, aber auch vor allem im Multiplayer häufig mitnimmt, weil ihre Sichtlinien nicht so stark blockiert werden, wie von normalen Musketen. Sind Bauern, die Reichweite ist nicht so sonderlich hoch, aber für den Schaden lohnt sich wirklich. Auch die Pferde sind die, die man auch von den Dunkelelfen kennt. Normale Bogeninfanterie, Briganden mit Hellebarden auf dem Rücken oder Gleiven, wie die Dinger auch heißen. Das heißt, sie haben Bonus gegen Groß, rüstungsdurchdringende Schaden in der Verteidigung. Aber natürlich wollen wir sie für den Fernkampfangriff mitbringen. Gegen Ansturm erwidern haben sie sogar auch einen Armsturmabweh entgegen Groß. Und wir haben eine Artillerie, ein Feldtrebuchet, wie wir es von den Bretonen kennen. Natürlich noch mal ein paar weitere Einheiten, die ihr gleich im Ausfallbildschirm sehen könnt. Dann haben wir den Rotten Draco Leech. Meine Güte, das sieht so aus, als hört der Kopfhörer auf mit Musik. Und danst zu seiner untoten Musik. Faszinierendes Monster. Giftschaden, rüstungsdurchdringend. Und verursacht Entsetzen und reduziert gegnerischen Nahkampfangriff um sich herum. Ist mit 50 Rüstung und 34 Abwehr und 32 Angriff jetzt nicht das Geilste aller Zeiten. Aber ich glaube, das ist okay. Ich mache groß ein Banner hier mit der Nögelblut oben drin. Und als letzte Einheit haben wir noch die Schwarzen Ritter. Ich habe hier irgendwie vorher vergessen. Nochmal eine Rittervariante. Allerdings mit Bonus gegen Infanterie. Jetzt können wir einmal kurz testen, ob die Schwarzen Grails Ritter tatsächlich so krass sind, wie eigentlich erwartet. Lassen Sie mal kurz auf den Gegner los. Die Schwarzen Grails Ritter sind nämlich... Also die Grails Ritter selbst sind ja momentan fast unaufhaltsam, wenn ihr Angriff aktiviert wird. Das probieren wir hier auch mal aus, bevor wir in die Kampagne reinspringen. Aber wer die Kampagne sehen will, kann ja direkt rüberklicken. Grails Ritter haben ja mit dem letzten Update ein extremes Update bekommen bezüglich ihrer Masse. Ja, das haben sie auch. Das haben sie auch. Seht sie euch an. Man kann mit einem Regiment Grails Ritter momentan bei den Bretonen oder auch Grails Hüter. Ist mehr oder weniger wurscht. Fast eine ganze gegnerische Armee alleine wegraschen. Gehen wir mal hier auf die düsteren Schwerte einfach, was gerade Spaß macht. Jetzt müsste ich eigentlich fast das Benny-Hill-Theme einmal durchlaufen lassen. Ganze Regiment weggeprügelt. Und dann können wir in die Schwarze Begrade von Nagarond gehen. Die prügelt es auch gut weg. Dann gehen wir direkt weiter ins nächste Regiment. Wir wollen niemals unser Angriffsmoment verlieren. Und okay. Also ihr glaubt nicht, das ist nicht der Mod hier, der die so stark macht. Das ist tatsächlich einfach nur die Grails Ritter, wie sie momentan im Spiel los sind. Das finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Es ist nicht so, als ist die Kampagne bekannt dafür, extrem gut gebalanced zu sein. Und so gibt es immerhin mal eine Einheit, die so richtig reinprügelt. Warum nicht, Leute? Ihr könnt damit einfach von einer Einheit zu anderen klicken. Persönlich. Ich finde das schon ganz gut. Okay, jetzt haben sie aufgehört. Ganz wichtig ist, dass sie wirklich immer weiter klickt. Immer weiter klickt. Damit die Einheit nicht anfängt, hängen zu bleiben. Irgendwo. Ah, naja, okay. Sie müssen immer in Bewegung bleiben. Das ist wichtig. Dann verlieren sie nicht so viele Modelle. Also ihr seht, wir haben bisher nicht so viel gekillt. War hauptsächlich Hitpoint-Damage gemacht. Bisher auch unser General. Hat hier gerade auch Ärger. Können auch mal eine Explosion hier im Hintergrund rauslassen. Oh, gerade mal die Hälfte der Schwarzen gerade von Nagarond gekillt. Also macht euch da keine Sorgen, dass die zu OP sind. Ich meine, diese ganzen Skill-Fähigkeiten und so, die werden auch erst mit der Zeit in der Kampagne freigeschaltet. Okay, springen wir rüber. Zurück in den Auswahlbildschirm. Nachdem wir das hier gesehen haben, lasst mir gerne den Daumen hoch da. Ich glaube, da mache ich auch noch eine Markierung für die Grasritter. Ähm, ja, die Grasritter zerlegen einfach alles momentan. Ähm, gut. So, wenn ihr hier in den Armee-Auswahlbildschirm geht, seht ihr einerseits Marloblade. Er hat hier unten, wie ist zu sehen, seine verschiedenen Reittiere, die man nachher in der Kampagne bekommt. Wie zum Beispiel ein Greifen, eine Kriegssphinx oder ein Zombie-Drachen. Es gibt hier auch verschiedene Charaktermodelle, je nachdem welchen Entwicklungsweg man nachher nimmt. Und die zweite General, legendäre Generalin, die Lady des schwarzen Grales, die außerdem auch noch auf so einem schwarzen Streitwagen durch Jägen laufen kann. Und selbst eine Geister-Einheit ist mit 55% physischer Resistenz. Ihr seht hier die ganzen Einheit-Modelle. Hier sind die Helden, die dabei sind in der Kampagne, natürlich buffen. Die Infanterie, von denen wir einige gesehen haben, inklusive Gruff-Gule-Gespenster gibt es auch. Außerdem normale Bauern-Bogenschützen der Breton-Kavarie haben wir gesehen. Die Brigaden haben wir gesehen. Es gibt auch die Leichenkarren und ein Mordeschrein. Es gibt Fledermäuse, Todeswürfe, Gruff-Schrecken, Wargulfs. Das heißt, was Roster angeht, gehören die mit zu einem der Ausgeglichensten. Sie haben Infanterie, sie haben billige Infanterie als Zombies, sie können die Linie halten, sie haben Angst und Entsetzen. Sie haben Heilung, sie haben gute, günstige Bogenschützen. Sie haben Helden, sie haben schwere Kavalerie, leichte Kavalerie. Gut, ganz so leicht sind sie nicht, aber die schwarzen Ritter. Also es geht mit 900. Ansonsten können wir noch die Berittenen, Armbrustschützen mitnehmen, Mordeschreine, Artillerie und Monster. Da kann man nicht viel meckern. So, wenn wir jetzt in die Kampagne gehen, dann müsst ihr hier Kampagne klicken, wenn ihr den Mod installiert habt. Klickt auf Neu, Reichel und Sterblichen. Und ihr klickt nicht auf Breton, da seht ihr andere Fraktionen natürlich. Wenn ihr den Mod Montag verfolgt, lasst das Abo da nicht vergessen, dann wisst ihr, wie man diese ganzen Fraktionen bekommen kann. Klickt einfach mal meine Videos durch, lasst mir einen Kommentar da, ich freue mich drüber. So, und ihr klickt hier unten auf die Vampirfürsten. Und ihr seht jetzt neben, also das ist nicht das Nichte hier, Mundwart the Cruel gibt es mit dem Midenland-Mod. Habe ich Midenland gesagt? Ich meine natürlich mit dem Marienburg-Mod gibt es unter anderem hier auch den Mundwart the Cruel. Das ist eine andere Untotenfraktion. Das macht einfach viel mehr Spaß, finde ich, mit diesen ganzen verrückten Lords und Fraktionen zu spielen. Nein, nein, aber nicht hier. Ihr habt hier unten Malobot von Moussillon auf der einen Seite und die Lady des Schwarzen Grales auf der anderen Seite für diese Kampagne oder mit diesem Mod. Und deine Effekte sind anders als andere Kampagnen. Gucken wir jetzt kurz mal durch. Und zwar, er beginnt bei Moussillon hier auf der Landkarte. Das ist, denke ich, nicht überraschend, wenn er Moussillon heißt und der Mod Mixus Moussillon heißt. Er hat eine relativ simple Startarmee, einmal Kavalerie, einmal Plänkler, einmal Artillerie. Das ist, denke ich, okay für den Anfang, aber nichts OP-iges. Was eine Besonderheit an seiner Kampagne ist, nämlich, wenn er einen bretonischen Fraktionsanführer besiegt im Kampf, seid ihr in der Lage, seine Fraktion zu vassalisieren, abgesehen von Coran, Carcassonne und Chevaliers de Lyonnais. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, ziemlich viele Vasallen um euch herum aufbauen, was schon gar nicht mal so schlecht ist. Ihr könnt von euren Vasallen und euren Verbündeten für viel weniger Geld eine Armee anfeuern. Oder nicht weniger Geld, sondern für Verbundenheitspunkte mit Verbündeten, minus 50%. Das heißt, ihr könnt viel mehr Freunde zu Hilfe holen. Und ihr bekommt auch viel mehr Verbundenheitspunkte von Allianzen und euren Vasallen. Das heißt, vielleicht kann man da tatsächlich mal mit KI-gesteuerten Armeen ein bisschen mehr anstellen als in den normalen Kampagnen. Plus 15% Bonus, Angriffsbonus, okay, nette Sache. Seine Bauern-Einheiten regenerieren sich etwas schneller. Ja, die passive Fähigkeit Ehre des Todes und plus 8 Führerschaft für alle Bauern-Einheiten. Und ja, Bauern sind sehr günstig und in der Kampagne können sie auch relativ gut gemacht werden. Und dann können sie auch stark sein für fast kein Geld. Okay, springen wir mal rein. Ich habe hier schon ein paar Züge gespielt. Wenn ihr die Kampagne beginnt, ich hole die mal kurz raus, unseren guten Maloblade. Da ist er, hat hier schon ein kleines bisschen erobert. Ihr beginnt hier direkt nördlich von Moussillon und eure erste Aktion ist es, euer Geburtsrecht Moussillon vom Schwarz-Roten-Herzog zu erobern. Das geht auch relativ einfach. Als Kampagnen-Effekte seht ihr oben den Kern der Kampagne und zwar ist es die Verdammnis. Das ist ein bisschen an die Tiermenschen Art und Weise angelehnt, aber es funktioniert tatsächlich ganz anders. Also jedenfalls ein bisschen anders. Also ihr sammelt Verdammnis, indem ihr Siedlungen erobert, Vasallen gemacht, Fraktionsführer tötet, spezielle Charaktere auch freischaltet. Und dann fühlt sich das Ganze auf und erstmal bekommt ihr verschiedene Boni dadurch. Ganz am Anfang könnt ihr keine Toten auferwecken, später funktioniert das Ganze. Ja, Tote erwecken. Kennt ihr ja die Mechanik, wie es bei den Untoten auch der Fall ist. Kommt weitere Boni, vampirische Korruption könnt ihr verbreiten und ihr schaltet dann neue Charakterpfade frei. Aber ganz am Ende, wenn ihr euer Ziel erreicht mit Verdammnis Level 5, schaltet ihr die Fähigkeit frei, Morrowboat euren legendären General, das ist nämlich sein Ziel, in einen Vampir zu verwandeln. Und ihr kriegt mehr Tribut, endlich mal Anstiegertribut von Vasallen. Und wenn das passiert, ich habe es euch mal gescreenshottet hier, habt ihr hier die Möglichkeit, euch einen dieser Pfade auszusuchen, von wem ihr eigentlich in einen Vampir verwandelt werden sollt. Nämlich entweder die Lady des Schwarzen Grales, dann könnt ihr zaubern, ihr bekommt die Leere der Schatten. Wenn ihr diesen Pfade einschlagt oder ihr kontaktiert einen der von Karsteins, dann erhaltet ihr einen Zombie-Drachen als Reittier, aber könnt ihr nachher nicht zaubern, dann wird er trotzdem untot. Beziehungsweise doch, doch, ihr könnt zaubern, aber ihr zaubert dann die Leere der Vampire. Oder ihr geht hier nach unten links und kontaktiert Arkan den Schwarzen, dann bekommt ihr eine Rekämrische Kriegsphinx. Kriegsphinx oder Necrosphinx, das Ding, das wir vorher gesehen haben. Und ihr könnt auch, ihr könnt die Leere des Todes zaubern. Nur hier oben kriegt ihr irgendwie kein legendäres Reittier, so wie das draufsteht. Das heißt, ich meine, okay, was wollen wir? Die Leere der Vampire ist, glaube ich, die geilste Leere. Und der Zombie-Drache sowieso, das ist also schon das Interessante. Es sei denn, ihr wollt Roleplay-mäßig in irgendeine andere Richtung gehen, aber ich meine, die klassischen Vampire sind die von Karsteins. Ich würde mich eher in die Richtung bewegen, wenn ihr das Ding aufgefüllt habt. Wenn ihr die Kampagne startet, muss man sagen, das ist noch eine Beta. Das heißt, es gibt Dinge, die noch nicht fertig sind. Eine Sache ist der Tech-Tree. Hier gibt es noch nichts, das wird wahrscheinlich noch aktualisiert von Mixo in den nächsten Tagen und Wochen. Und es gibt noch keine so richtig übergreifenden Zielvorgaben, die über die Damnation-Mechanik hinausgehen. Abgesehen davon, dass ihr direkt am Anfang euch Helden freischalten könnt, die wir gerade auch schon bei den Armeen gesehen haben, indem ihr zum Beispiel jemanden irgendwo hinschickt oder ausreichend Feinde tötet. Und ansonsten sind hier die kurzen und die langen Kampagnen-Siege leider noch nicht drin. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Aber das da oben ist immerhin eines, was man machen kann. Und für eine neue Kampagne kann man das, denke ich, schon mal in Kauf nehmen. Wenn wir jetzt auf Mallowblade direkt klicken, sehen wir einerseits seine Tugenden des vergangenen Lebens. Sie sind zwar nicht mehr Breton und folgen ihrem Ehrenkodex, aber sie folgen immer noch und kann man nämlich verschiedene Charakterpfade wählen. Usurper, the Black Knight und the King, die ihm dann verschiedene Skillungen geben. Das sehen wir zum Beispiel bei Oysterk of the Rusting. Moment, wo ist er? Hier, bei Oysterk of the Rusting Blade, dann bekommt ihr hier verschiedene Auswahlen, beziehungsweise verschiedene Boni mit eurem Charakter. Die anderen werden allerdings erst bei höheren Verdammnis-Leveln freigeschaltet. Er selbst, Mallowblade, hat Skills, die zum Beispiel eure Unterheld-Einheiten günstiger machen. Er kann Charaktererfahrungen erhöhen, er kann Giftattacken machen und deutlich mehr rüstungsdurchdringenden Schaden machen. Selbst reduziert Verlust durch Verschleiß und erhöht eure Nahkampf-Infanterie-Einheiten und kann hier nachher eure Bauern deutlich besser machen. Frenzy plus 10 Nahkampfangriff für Bauern ist schon heftig, weil die normalerweise zum Beispiel 22 haben. Da sind sie für 50% besser und eine Skill zum Beispiel, die euch in eurer Reichweite Unerschütterlichkeit gibt. Für alle Bauern-Einheiten, Leute. Fanatische Bauern, die haben Schadensresistenz 11%, allerdings geben sie das auf die Verbündeten Ritter in Reichweite, aber immerhin und unerschütterlich für Ritter. Also gerade wenn es keine Untoten sind, die sowieso unerschütterlich sind und halt irgendwann, obwohl wir die unerschütterlich sind, dann zerfallen die auch nicht mehr, weil die Führerschaft dann immer unendlich hoch ist. Also schon eine interessante Geschichte. Ihr könnt natürlich wie immer die Bauern buffen, was immer eine gute Idee ist. Also das werden eine richtige Elite-Bauern. Das ist ein bisschen wie bei Grom, dem Fettsack, die Kampagne, bei der ihr eure Gobbos nachher fast unbesiegbar machen könnt. Ansonsten gibt es halt das übliche Armeebuffs und Buffs von ihm selbst. Eure Helden. Dann gibt es dann verschiedene Helden. Entweder könnt ihr eure Armeen verbessern, zum Beispiel hier mit Eustache of the Rusting Blade oder auch Kossin der Hahn. Ist eher selbst ein Zauberer. Kann hier auch eure, zum Beispiel die Baugebäude, Kosten und Bauzeiten verringern. Und naja, das ist halt das Übliche. Es gilt das, worauf ihr Bock habt. Meister der Schwarzen. Mächte, um Lebensentzug für mehr Mana-Regeneration zu kriegen, ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Und ja, so könnt ihr euch dann durch die Gegend schlachten. Also gerade wenn ihr die erste Mission Moussillon, ihr könnt Moussillon direkt selbst erobern und den Schwarzen Herzog. Oder ihr könnt ihn vasalisieren oder erobert das Ganze. Es gibt hier auch neue Gebäudeketten, wenn ihr reingeht. Beim Moussillon seht ihr zum Beispiel links die Lanze des Lichts. Das sind andere Wachstums- und Einkommensgebäude direkt in einem. Es gibt Donjon of Dole für mehr Winde der Magie. Es gibt den Palast des Moussillon für noch mehr Einkommen und die Rekrutierung von den Graveguards, also den Verfluchten und so weiter. Tatsächlich ganz viele neue Gebäude, die so im normalen Motto nicht, also in der normalen Breton- oder Untoten-Kampagne nicht da gewesen sind. Aber ich denke mal, ihr findet euch da schon zurecht. Was ich besonders auch noch schön finde, ist hier diese Gebäudekette, die es vorher noch nicht gegeben hatte. Nämlich sind das die Schneckenjagdgründe. Ich weiß nicht, wer hier wen jagt, ob die Schnecken jemanden jagen oder hier irgendjemand die Schnecken jagt. Das ist ziemlich cool, weil es eröffnet dann die Möglichkeit, Sumpfverschleiß bei gegnerischen Armeen zu verursachen, die hier reingehen. Also für eine extra Verteidigungsfunktion eurer Regionen. Und ja, das ist, denke ich, eine gute Sache. Vor allem in Kombination mit dem Einkommen. Und das ist mal was anderes, mal was anderes hier, diese Fähigkeit. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß hier mit, wie heißt der Kollege nochmal, Malobot und die Bretonen zu unterwerfen. Die Startposition ist auch an sich ganz nett, weil im Gegensatz zu, ich meine, normalerweise starte ich hier mit dem Imperium etwas weiter im Osten. Hier habt ihr dann auch direkt mal ein paar Häfen. Ich denke mal, Bretonen zu erobern wird relativ easy gehen. Grommel, Fettsack wird wahrscheinlich ein bisschen kniffliger. Und dann kann man sogar hier in den Westen gehen und die Hochelfen vernichten. Das ist ja momentan für meine Imperiumskampagne eher ein bisschen schwieriger. Aber soweit hier zu dieser Kampagne. Wir springen jetzt einmal rüber zur anderen Lady. Die Lady und die Kampagne von der Lady des Schwarzen Grals und dem Kult des Schwarzen Grals erinnert mich deutlich an Zylos Zratirafon, der Vampirküste. Und diese Dame hier startet ganz woanders, nämlich hier in der Richtung, wo mit meinen anderen Mods auch Nagashi in der Gegend rum startet. Ich glaube Kalida startet hier auch. Hier irgendwo ist natürlich das gigantische Free-for-all in den Südlanden tendenziell. Eine bisschen schwierige Startposition. Hat Zugriff auf den Schwarzen Grals. Startet mit den OP Schwarzen Gralsrittern. Die haben wir ja vorher gesehen. Mega gut. Briganten und Artillerie auch noch nett. Aber hier Schwarze Gralsritter, das räumt alles weg. Direkt am Anfang der Kampagne. Ihr habt die Möglichkeit, Meister der Elementaren Winde für dunkle Propheten und Damsels, also das sind die Zauberinnen der Breton, zu haben. Reduzierte Upkeep, also Kosten für Briganteneinheiten. Ihr könnt mehr Zauberinnen mitbringen. Ihr habt den Fluch der blutigen Lady. Schadensreflexion aus dem Heilungsgrenzen der Schlacht plus 30%. Ihr könnt euch also mehr heilen mit ihrer Armee. Und ihr habt die höhere Wahrscheinlichkeit, dass eure Einheiten nicht vernichtet werden. Also, dass sie wieder zurückkommen, wenn sie in der Schlacht ganz ausgelöscht worden sind. Da springen wir mal ran. So, in der Kampagne der Lady des Schwarzen Grals, mit dem ihr mit den lächerlichen OP Black Grey Lines beginnt. Also, ich wechsle die Breton, aber auch diese krassen OP-Einheiten. Beginnt hier in Marag, erinnert mich an meine letzte Kampagne mit, wie heißt sie nochmal, Kalida, die ich dann irgendwann mal, denke ich, mehr oder weniger gewonnen habe. Übrigens, schön spinnen hier drin, unter diesem, das ist ein Arachnog-Spinn in einem noch riesigen Skelett. Beginnt hier in Marag, übrigens finde ich auch das Symbol sehr, sehr gut gelungen, dieser Reaktion. Auch hier habt ihr wieder die Gebäudeketten, die wir vorher auch gesehen haben, die speziell für diese Fraktion eingerichtet worden sind. Mit dem Unterschied, dass sie auch direkt mit einem Lair des Black Grails beginnt. Und direkt von Anfang an Damsels, also die Zauberin der Bretonen, rekrutieren kann. Müsste dann auch hier zu sehen sein. Hier habt ihr sie. Ihr habt Damsels, Necromanten, Benjis, Flugfürsten. Ihr habt die Bestienmagie, Todesmagie, Himmelsmagie. Zauberinzmagie, was sehr ungewöhnlich ist für Untote, aber hier geht das. Und die Schattenmagie zur Verfügung, wenn ihr das haben wollt. Ihr habt hier auf der rechten Seite, das ist eine ihrer besonderen Kampagnen-Effekte, die Fähigkeiten des Schwarzen Grails. Und das ist wie Slanisch. Also ihr habt hier die Möglichkeit, die Bewegung einer anderen Fraktion aufzuhalten. Aufzuklären, worin was ist. Irgendjemanden, eine bretonische Armee könnt ihr auf eure Seite bringen. Ihr könnt die Armeen der Gegner von Gegnern verfolgen. Ihr könnt Fraktionen aufenthüllen. Eine Region mit vampirischer Korruption korrumpieren. Oder die Siedlungstore in einer Siedlung öffnen, worum man das auch machen sollte. Aber das geht ja. Also ein bisschen wie Slanisch. Und wenn ihr die Lady des Schwarzen Grails levelt, dann habt ihr einerseits die Möglichkeit, den Streitwagen zu kriegen. Ihr könnt eure Einheiten buffen. Oder sie selbst. Sie kann nachher sogar eine Barriere kriegen. Und ab Level 14 bekommt sie die Verführungseigenschaft. Das ist jetzt allerdings nicht leider die Möglichkeit von Gegnern zu verführen. Aber immerhin für der Gegner geht debuff mit mir in 24 Nachkampfangriff. Ihr habt noch zusätzliche Windfähigkeiten. Könnt ihr eure Ritter buffen. Könnt eure Magie buffen. Könnt eure Bauern buffen. Könnt eure Zauber buffen. Und die Grailsritter kosten. Also die schwarze Grailskosten für diese Fähigkeiten, die ihr gerade gesehen habt, reduzieren. Ansonsten gibt es das Übliche. Ihr habt Zauber aus der Leere der Schatten. Ihr könnt eure Armee buffen. Und die Kampagnen-Effekte größer machen. So wie wir das Ganze kennen und lieben. Vielleicht am Ende hier noch gibt es. Ihr könnt auch die Führerschaft und Nahkampfabwehr mit der Aura der dunklen Majestät generell erhöhen. Ihr bekommt ab Level 7 euren schwarzen Graal. Schade, dass ihr nicht direkt damit anfangt. Und damit könnt ihr eine Einheit schwarzer Graalsritter beschwören. Also das ist die OP-Einheit, mit der man dann einfach mal direkt durch die gegnerische Armee rast. Okay, wenn der Gegner Kablerie dabei hat, wird das natürlich alles nicht mehr ganz so schön. Aber wenn der Gegner halt nur Infanterie hat, dann rennt man damit sehr, sehr gut drüber. Ihr fangt auch mit dem Hellen an. Jérôme Lecornet. Der hat auch hier diese Segen oder die Tugenden seines vergangenen Lebens. Es ist ein ziemliches Killervieh. Er sieht auch ziemlich cool aus hier mit seiner helle Barde oder was ist das? Mit seiner Stangenwaffe und seinen Hörnchen oben auf dem Kopf. Hat ein bisschen physisch, hat ein bisschen Rettungszauber dabei. Kann nachher auf einem Flugrost durch die Gegend gehen. Hat Steinrüttler und kann einfach Gebäude und Belagerungsdinger kaputt machen anscheinend, weil er einfach zu krass drauf ist, hat die Fähigkeit um sich herum nach Kampfabwehr und Schadensresistenz zu buffen. Und es ist mehr so der Killer White King. Dann ist White King so weit, alles klar. Hier ist die Kampagne auch noch ein bisschen im Beta-Zustand. Denn es gibt noch gar keine Zielvorgaben, außer dass ihr halt irgendwas plündert und erobern könnt. Und beziehungsweise Grimoire sammelt durch Charaktere, Ereignisse, Gebäude. Und das Übliche, könnt ihr durch die Gegend gehen und alles erobern, wenn ihr Bock drauf habt. Forschung ist leider auch hier noch nicht abgeschlossen. Aber ich fand den Mod cool. Und macht ihn euch wenigstens drauf, damit diese Fraktion als einer der Gegner von euch vorhanden ist. Denn das bringt die Kampagne einfach in völlig andere Richtungen. Und ja, damit hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne das Abo da. Kauft auf dem Harmester-Partner-Shop. Supportet mich auf Patreon, wenn ihr Bock habt und mehr Episoden, mehr Mods sehen wollt. Bedankt mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und deswegen, bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. были